Musik Lass dich nicht verbrennen, wenn die Hitze zur Qual wird. So haben wir diesen Gedenkgottesdienst thematisch überschreitet. Musik Der Werkshallen, der Baustellen, der Kindergärten, der Reinigungspobjekte, der Sozialeinrichtungen, der Büros und der Verwaltungen weit zu machen. Wir als Gewerkschaften, wir fordern faire und gute Arbeit. Musik Hitze ist das Thema dieses Gottesdienstes. Und rund 70 Mal vom ersten Buch der Bibel bis zur Offenbarung am Schluss wird in der Heiligen Schrift von der Hitze gesprochen. Oft genug ist die Hitze, von der hier gesprochen wird, Ausdruck einer Qual. Musik 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 Musik